Gerade wenn Frauen bezaubernd lächeln oder einen Lachen zeigen, kann es sehr sehr hübsch aussehen. Außer man hat sehr starke Krähenfüße, dann kann es schon mal ästhetisch etwas problematisch sein. Und deswegen hier diese einfache Behandlung. Die Wirkung kommt nach 10 Tagen der Krähenfüßenbehandlung mit Botulinumtoxin. Hierzu speziell angemischt und die Konzentration der Patientin individuell angepasst, so dass es einen natürlichen Look am Ende gibt und die Behandlung kann man hier sehen, blutarm oder gar nicht und man ist sofort gesellschaftsfähig und hat das Problem gelöst.